Der Fliesenschneider TC600 ist mit wenigen Handgriffen montiert und überzeugt durch hohe Steifigkeit und einfaches Handling. Die mitgelieferten Verbreiterungen können an verschiedenen Positionen angebracht werden und bieten so eine stabile Unterlage für die Fliesen. Der gleitende Schneidvorgang erzeugt ein kontinuierlich sauberes Ritzbild bei gleichzeitig sehr geringem Kraftaufwand. Der TC600 schneidet zuverlässig Fliesen von 4 bis 10 mm Stärke und bis 600 mm Länge. Die Kunststoffgleitlager und die ovalen Schienen sorgen dabei immer für eine präzise Führung. Nach dem Ritzen lassen sich die Fliesen einfach und sauber mithilfe der vorhandenen Kegelspitze brechen. Der TC600 ist für Links- und Rechtshänder geeignet. Neben geraden Schnitten können auch Wiederholungs- und Diagonalschnitte in hoher Qualität realisiert werden. Auch hier überzeugt das exakte Ritzbild und das saubere Brechen der Fliesen durch die hintere Kegelspitze.